Zwei Zwillinge, voneinander getrennt, können nur in einem Videospiel zusammen sein. Genau so ergeht es Shugo und Rena in Dotec Legend of the Twilight. Die Geschichte spielt vier Jahre nach den Ereignissen von Dotec Sign und Dotec Liminality. Wer denkt, mittlerweile ist The World ein normales MMORPG, der täuscht sich. Shugo und Rena haben das Glück, dass sie in einem Wettbewerb die Avatare von Kite und Black Rose gewinnen. Doch wissen sie noch nicht, dass mit diesem Sieg auch die Verantwortung übertragen wurde. Und so werden sie gezwungenermaßen in ein Abenteuer gezogen und müssen in die Fußstapfen ihre Vorgänger treten. Jedoch als Chibi Variante. Die beiden Zwillinge verhalten sich nicht wie normale Geschwister, sondern mehr wie aufgegalte verknallte Teenager. Zwischen denen scheint es in irgendeiner Form sexuell zu knistern. Oder wie versteht ihr ein Oni-Cham mit einer Tonlage eines Stiers in der Brunftszeit. Die restlichen Charaktere sind einfach nur schräg, nutzlos, nervig oder Fanservice. Mireille, die kleine Zauberin ist hierbei in der Party das allernervigste Mitglied mit ihrem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Aber wenigstens sehen die Charaktere gut aus, genau wie der gesamte Anime. Der ganze Anime versucht zwar auf ernst zu machen, kommt dann aber wiederum mit ihrer Inzest-Chibi-Komödie um die Ecke. Jungs entscheidet euch, so oder so. Das Opening New World ist von Roundtable, welche auch schon das Chobits Opening gemacht haben. Zusammen mit Nino rockt das Opening zwar nicht so sehr wie die seiner Vorgänger, ist aber gar nicht mal schlecht anzuhören. Vor allem wenn man auf Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Töne und Gesangseinlagen steht. Das Ending Emerald Green von den altbekannten Caesar ist leider nicht ihr bestes Werk. Vor allem passt dieses eher traurig anmutende Lied nicht zu diesem Chibi-sicht-nicht-ernstnehmenden Dothack-Part. Was Animationen angeht, hat B-Train es wirklich raus. Thumbs up, Dude. An für sich ist Dothack Legend of the Twilight nicht schlecht. Man kann es sich anschauen, ohne gleich einen Kotzreiz zu bekommen. Jedoch der spannendste Teil der Dothack-Reihe ist es leider auch nicht. Achja, und es ist nicht ganz verkehrt, die PS2-Spiele vorher gespielt zu haben. Wenn ihr diesen Teil der Dothack-Serie gesehen habt, schreibt doch in die Kommentare wie er euch gefallen hat. Und wenn euch das Review gefallen hat, dann lasst doch einen Like oder ein Abo da und verpasst keine weiteren Videos. Sonst dothack' ich mich eben in eure Systeme. Ha 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 ha. Und tschau